und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen runde garten flipper freilicht kino auftrag ein bisschen rollrasen habe ich ja schon verlegt und sieht nicht so komisch aus so ist nur das licht ist klar und zwar hier vorne und hütten müssen noch weg hier kommt die kinoleinwand hin und hier sowohl eine sitzecke entstehen richtig schön mit ex sofa ex sofa zweimal sofa mal gespannt wie das hier alles rein gepresst kriege und 20 g oder pflasterplatten symfonia 100 x 100 ist denn hier endlich noch sphärische form und zweimal breit verstreut und die kleine ecke machen wir eben schnell fertig dass der auftrag jetzt funktioniert am ersten versuch hatte ich ein paar schwierigkeiten was denn konisch oder sphärisch na klar sphärisch einer und zwei breit verstreut er dann rechts und links oder was ist ja überall gleich breit ja eigentlich hätte ich auch hier noch ein bisschen rollrasen verlegen müssen mir fällt gerade auf also es wird dunkel was jetzt gar nicht so witzig ist wir arbeiten ja schon eine ganze weile hier kann ich schon ja soll ich hier noch rasen verlegen also ich habe hier schon das ein oder andere stück noch verlegt was ich gar nicht hätte müssen einfach nur der optik wegen was ist hier ach hier kommt noch ein grill hin und zwei pflasterplatten und symfonia die gucken wir uns doch gleich mal an solange wir noch was sehen hier draußen steinaggregat so bock auf so einen steinweg hätte ich auch mal symfonia 100 x 100 granit ja hier ist ja eine farbauswahl vorhanden unter dem grill ist das helles ne dass du auch siehst wenn immer eine wurst daneben gefallen ist ja wir probieren erstmal die die dunklen würde ich dann für den großen sitzbereich nehmen also wie habe ich das jetzt so ja wie sieht das aus hallo ja ätzend muss ich aber noch mal ein stück nach oben bitte und wenn mal was machst du denn hier sitzt immer die dinger konnte kann es nicht so schwer sein man sieht es auch schlecht steht fast ein bisschen rein geht aber hier ist ja schon ein neuer bereich breit verstreute form müssen wir da noch pflanzen ja weiß ich noch nicht genau ob mir das gefällt 20 von den stein sammeln setzen so breit verstreute form ganzen nadel da rotchen das ist aber schon kuschelig hier auf dem kleinen stück gut das ist relativ großzügig ist beim geraden was soll ich mal sagen gießen gießen ich gleich wieder ausbütteln lassen wir ruhig drinnen das teil gießen hier sollte ich noch ein grill drauf klemmen grill wengel gucken ob es dann besser aussieht so richtig gut gefällt es mir jetzt nicht aber schauen wo ist der denn wieder erholung bestimmt ne grill wengel muss er doch gleich hier wird auch nachts geknippelt ne da kennt man nix wenn ich dann erstmal nur rasen verlegen eine hütte weg schüssel weg in leinwand drauf und gras von rolle verlegen das haben wir schon mal meine trümmer weg gleich wieder an mir mit dem ding auf den sack zu gehen nicht zu fassen gras rolle gras rolle groß bitte so äh ja da kann ich aber nicht jetzt direkt dran bin ich mal gespannt ob das so komplett abdeckt das glaube ich bald nicht mal doch vielleicht naja gut sonst machen wir das auch immer so das kennt ihr bestimmt mit der taschenlampe hier auf knie durch den garten rutschen und nachts den rollrasen verlegen in der rasen szene jetzt auch wirklich in gerade nacht verlegung mal ein bisschen warten sollen vor der aufnahme ja doch das schließt ab die kannst du nebeneinander hinstellen die teile aber ich denke das geht ganz gut ich glaube ihr seht genug von der rasen rolle hier kannst du mal eine kleinere nehmen bitte die kohle hier raus pulvern die könnte knapp reichen aber auch knapp nicht ja doch haut hin oder ja nein guckst dir an wie es nicht genauert jetzt rolle ich bin ja über die platte hier drüber ne könnt ihr mir das oder äh nö 95% da sagt er sich bitte hier geht man gar nicht marsch naja was willst du machen dann hole ich hier nochmal drüber das sind 5% hier oder was na gut ich wills hoffen sonst fehlt woanders was und ich weiß ja nicht wo ja wohl das passt so kinoleinwand wo ist die denn erholung sonstiges ja bestimmt erholung kinoleinwand im freien so wie machen wir denn hier machen wir die hier so ein bisschen so steht da drauf buschi die ähm machen wir schon hier so ne nicht ganz so weit weg immer noch so bisschen hinten an der wand muss schon gehen bisschen abstand zum grill solltest du vielleicht auch lassen ne du brauchst hier jede woche ne neue so pflastersteine symphonier da bin ich ja mal gespannt wie wir das jetzt hier wieder hingewürgt kriegen dann nehme ich jetzt aber eine andere farbe ruhig die dunklen auch nicht schlecht ne dunkelgrau probieren das mal so ach jetzt habe ich nur eine genommen so 20 stück hast du mal gucken wie weit wir damit kommen kann ich so jetzt irgendwie schlecht abschätzen bisschen hell der rand ne aber gut egal brauchen wir viele wir gucken mal wie es aussieht wenn es auf fläche ist das ist hier wieder lücke ne wie sieht denn das aus jetzt wenn du noch einen näher so ran gehst ja zwar immer noch ein bisschen überlappend aus aber wie gebracht dass ich kauffilie genommen habe so ja scheiße was ist hier nämlich hier ist mal zappen duster das passt nicht 4 mal soll ich hier 20 stücke nicht rein kriegen ich krieg hier nur 16 rein ich weiß nicht das ist ja noch ein stück hier weiter raussetzen oder was ähm das ist ja noch ein stück hier weiter raussetzen oder was ja weiß nicht ob ich dann probleme mit dem rasen stück da kriege aber das würde ich auf jeden fall so machen wollen wird es ja nix wir müssen jetzt hier nochmal ran das sollte ich mal ausprobieren ne hier wäre es wichtig dass es passt eins zwei ein 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 das ist ja voll blöd musst du nochmal raus so noch so ein stück vor da raus ich weiß gar nicht ob das dann so sollte es jetzt aber eigentlich passen voll schwer ja gut muss man erstmal ein bisschen rumprobieren und wenn du es dann einmal hast dann äh geht es ja eigentlich lass jetzt hier noch eine hin tödüm tödüm gießt das ab sehr gut ok so kannst du es machen ich weiß nur nicht was er dann hierzu sagt aber das scheint ihn nicht zu stören dass wir hier rüber gehen ok dann kriege ich jetzt auch 20 platten hier hin hier ziehst du einfach nochmal eine reihe rasen durch ja ich glaube das ist ok ich werde jetzt natürlich auch hier in die richtung auf 5 ne hier wäre ich nicht auf 5 gekommen das kannst du abarten das wäre nicht gegangen dann habe ich lieber hier vorne noch rasen ja so wird es bleiben äh die muss ich nochmal wegnehmen oh ey 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 wenn sie ein bisschen snappen würden hätte ich jetzt aber auch nichts dagegen hier so jetzt gleich haben wir es jetzt jetzt können sie könnten schneller auch mal gehen so jetzt 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 19 20 20 ganz schön geworden hier musst du noch einmal rollen ähm ne nicht pflanzen decken bitte normalen rollrasen ne 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 l hervorragend wieder so eine kleine pizzerritzige gelassen dann muss sie hier auch noch mal dran langrollen bisschen vernünftig soll es ja sein sogar die Kante sieht jetzt noch gut aus das finde ich erstmal okay sorry für die Taschenlampe aber wir müssen sogar nachts arbeiten wir brauchen halt das Geld aber wenn wir hier noch ein bisschen brauchen wird es vielleicht auch gleich schon wieder hell haben wir die Nacht halt durchgeknüppelt zweimal Sofa Meridy rechtes und linkes Ecksofa das scheint mir ganz schön viel gemöbelt zu sein linkes und rechtes Ecksofa ähm ähm ja hat das einen Namen rechtes Ecksofa von dem ernsthaft vom normalen Flipper hätte mich auch gewundert wenn wir hier so ein schickes Sofa hätten hinstellen können aber wenn ich jetzt hier gucke dann bin ich mir gar nicht so sicher was ich jetzt hier entnehmen soll wenn da nur steht linkes und rechtes Ecksofa was ist dann auch hier ah ok boah ist das hässlich äh oi hast du ihn mir zur Not gerade noch so gefallen lassen oh ne was weiß würde schon cool passen würde Fliesen eigentlich ne Beine wir machen das so ne so ein rechtes Ecksofa komm jetzt mitten vor die Tür oder was ja ne aber du musst hier schon mit durchstarten fürchte ich und linkes auch nochmal kein Problem machen wir doch es geht auch jetzt in derselben Farbe und das nochmal oh 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 richtig ne ja so so ja also einfach ein Zweisitzer ne hätte man auch machen können direkt neben der Tür naja ähm ein Tisch Gartenschirm der kommt hier noch hin na Sofa Gartenschirm na Sofa na Sofas bei Möbel natürlich bisschen cooler achso einer ist das ja klar na den nehmen wir ähm achso der Mut hä so ich bin zu weit weg mal wieder hier hier kann auch kein Mensch mehr durchlatschen so kannst du das aber nicht machen so passt es aber so hauen wir den hier hin sag ich mal ja na Schäfchen oder was oh Leute es wird schon wieder hell wir haben die Nacht ja schon durchgeknüppelt kommen wir auch gar nicht klar ja ich glaube das soll ein Schäfchen sein ja gut der war halt irgendwo günstig im Ausverkauf ne nimm mal noch mal ein Schäfchenschirm so was will er jetzt noch alter das ist so viel Zeug hier drauf ähm ein Tisch und ein Tisch und ein Projektor ich mach das mal Tisch Meredy ich mach das mal Tisch Meredy machen ist da auch der Projektor drauf vermutlich so zweimal Sofa Meredy aber mal gucken vielleicht stellen wir es da nochmal ein bisschen um ein Sofa Meredy Sofa Meredy Sofa Meredy wie das ein Sofa? achso okay und dass das natürlich ein Sofa ist äh Naja, dann kriegen wir das ja doch alles locker hin, dann stehe ich die beiden nämlich hier an die Wand. So. Und dann gleich daneben. Hallo? Ja, gut, kannst du noch vorbeilaufen, ne? Würm sollte ja auch halbwegs über dem Tisch sein, aber noch weiter rüber würde ich jetzt nicht gehen wollen. Da das jetzt nur so klein ist, eine Liege musst du noch anbringen. Liege Doto. Höbel. Ach, sie war ein Gartenstuhl aus Holz. Cool. Nee, Gebeto. Nee, Doto. Hm, Doto, bitte. Jo, was denn hier alles gibt? Sapphire. Gibt es übersehen, oder? Wartenstühle. 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 Gibt es auch mal so viel, was, was, äh. Stühle. Liegestühle. Liegestühle. Wollen wir das mal? Liege Doto. Guck dir das Teil an. Das ist ja mega fett. Hehehe. Gefällt mir. Auch gleich so wie es ist. Passt auch wunderbar hier zur anderen Einrichtung. Da kann man nämlich immer ganz gechillt vom Grill aus. Ne, das wäre dann, äh, der Platz des Gastgebers. Ist das irgendwie noch ein bisschen... Ich würde hier liegen, das glaubst du aber. So, mach mal lieber so. So. Die Liege ist natürlich ganz schön groß, ne? Richtig gefallen. Guck mir das jetzt auch noch nicht. So. Okay. Das ist auch ein geiler Kontrast, ne? Hier dieser Schäfchenschirm und hier diese Grille. Naja. So, das Sofa hier ist für die ungebetenen Gäste, oder was? Das steht so weit weg. Du siehst ja auch kaum was. Aber die Haushälte liegen, die muss natürlich... Ne, da ist. So. Parken. Ja, lass das so. Machen wir mal ein Projekt hier drauf. Ähm. Was ist das? So können wir irgendwas mal so finden. Hier ist er doch. Hehehe. 600 Euro. Bisschen verrückt. Da müssen wir jetzt eigentlich mal aufpassen, dass wir ihn richtig rumstellen. Sonst sehen wir nix. Schön schräg. Irgendwie das Bild da drauf geworfen. Passt schon. Das haben wir ja schon mal erledigt. Geht da noch was? Ah, hier vorne müssen wir noch. Sieht gut aus sonst. Wir müssen eigentlich nur noch... Die Ecke habe ich jetzt nicht gemacht, aber hier geht ja auch nie einer lang. Da ist auch nix gefordert. Mh. Also in meinem eigenen Garten würde ich es noch ein kleines Stückchen größer machen. Aber ja, eigentlich geht's, ne? Das machen wir mal so. Wir ändern mal den Auftrag. Indem wir hier nochmal schnell zwei konische Nadelsträucher und zwei breit verstreite, äh, verstreute Nadelsträucher bauen. Äh, mage, breit verstreute und konische. Machen wir das? 1, 2 und 2 will er haben. Durch die hohen innen, ne? Und die anderen außen. So. Und, äh... Ne. So. Ähm. Und zwar breit verstreute. Mal gucken, wie die aussehen daneben. Ja, woanders. Breit verstreute. Ah ja, okay. So, nochmal schnell reingeschaufelt. Damit wir das Ding hier auch zu 100% fertig kriegen. Für Anspruch haben wir jetzt hier schon. Riech, äh, tatsächlich weniger hier zusammen wie für den euren Kiesauftrag, den wir davor gemacht haben. Da hat mir doch der hier schon wieder durchaus mehr Spaß gemacht. Wenn du halt auch mal was anderes machst bei dem Kiesauftrag, da ist ja echt nur Kies gestreut. Ist ja die Pflanze. Und, äh, Zielgräser reingepflanzt. Bisschen Abwechslung muss schon sein. Haben wir ja jetzt Gott sei Dank auch wieder bei dem Auftrag. Yay, letzte Pflanze. 100%ig. Ja, ne, zum Antesten war es cool. Für das Freilicht Kino. Oh. Muss eigentlich auch wieder, wenn das Wetter mal nicht so schön ist. Mal ruckzuck alles abräumen hier. Aber was soll's. Wir haben es erledigt. Dann kassieren wir nochmal eben ab. Und dann würde ich sagen, 6000 Mücken verdient. Reicht für heute. Wir machen dann erstmal Schluss an dieser Stelle. Danke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Folge. Bei unserem gemütlichen Gartenbau-Unternehmen hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich sehr über einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Das hilft mir weiter. Und, äh, ja, wenn ihr noch was mit dem Herzen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.